Herzlich Willkommen Freunde zu diesem User Battle. Mario Brandt ist unser Gegner und das Team ist vom lieben Schwefeltyp zusammengestellt worden. So, jetzt wird es interessant. Unser Gegner hat auf jeden Fall noch Galoppa. Sengo ist sehr interessant. Enteron finde ich auch cool. Vipitis. Sengo und Vipitis. Das ist natürlich was ganz eigenes. Tropius. Das wird auf jeden Fall interessant. Also Sengo, Vipitis, Tropius, Enteron. Ich feiere gerade die Pokémon. So, wir spielen ein klassisches 6 gegen 6. An sich würde ich gerne mit Miss Golden Week hier anfangen, aber ich würde sagen ich starte mit Snibuna und sehe mal was passiert. So Okay, schauen wir mal So Mario, auf geht's. Oh, Sengo Das Snibuna Okay, wir haben das Counter Snibuna Ich weiß nicht, ob ich wirklich auf den Counter setzen soll oder lieber mal schnell hier Schwertanz und dann drauf klatschen Ich gehe lieber, ich kaufe mal offensiv drauf weil er kennt auch meinen Counter Snibuna Deswegen werde ich jetzt mal nicht auf Counter gehen sondern lieber in die Offensive Abschlag Okay Ja, entweder hat er wirklich mit meinem Counter Move gerechnet oder nicht Das ist glaube ich das Giftwahn Sengo Habe ich aus Mythen und Legenden schon gehört So, und jetzt gibt's einmal voll aufs Fressbrett Und Giftwahn Sengo kann natürlich ordentlich raufhauen So Da kommt ein Galopper Galopper ist auch total cool eigentlich Ähm Wir können jetzt auf jeden Fall nicht wieder mit einem Counter äh, mit einem Counter agieren Ähm Nebenbei, Giftwahn verstärkt die physischen Attacken Wenn das Wenn der Anwender vergiftet ist Das kann man sehr gut mit, ähm Fassade kombinieren So Ich würde sagen Wir setzen jetzt auf einen Nachthieb Und klatschen einfach das raus Was Nibuna hier noch halt machen kann Wow Fokus Gut Es steht noch im Raum Die Länder Aua Au, 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 au Aber Philander war sehr riskant von dir, mein Junge Sehr riskant Okay Ähm Ich weiß nicht, welches von beiden wir dann benutzen möchten Hm Ich muss mal ganz kurz gucken Du solltest eigentlich in der Lage sein Das auszuspeeden Und das fix auszuschalten Oder? Bericht Sibuna war schneller Okay, dann sollte das auf jeden Fall passen Kommst du erstmal rein So Psyche schock So wir bauen jetzt keine Schilder auf Das wäre hier in der SIG Galoppa kann viel ender Das knallt sonst uns weg einfach So machen wir es erstmal kalt So machen wir es erstmal kalt Und tschüss Aber wenn wir die Schilder aufgebaut haben Können wir natürlich auf Gewaltrohr oder den Glurax-Streep setzen Nachdem was sich da eh anbietet So mal gucken was jetzt kommt Mal sehen Aufkommen Mario Wie Peters In Shiny Okay Ähm Ich setze trotzdem jetzt erstmal auf den Reflektor Ich weiß, ich kann es auf jeden Fall Stark verletzen Aber ich würde gerne jetzt doch mal Mein Schilder langsam draußen haben Nach Tief Hör Crit Jo Da ist mein Schild auf jeden Fall weg Okay Ähm Wie gehen wir hier vor? Ähm Haktos würde sich sehr gut anbieten Oder halt hier Ähm Volle Kanne aufs Fressbrett geben Ich glaube das mache ich eher So Luftschnitt Dracometeor Dracometeor Greifen einfach massiv an Die Frage ist halt Was hatte wie Peters Was Wir machen Äh Was uns gefährlich werden könnte Klar wir hätten jetzt auf Arktos gehen können Den Schild den wir haben Auf jeden Fall ausnutzen können Um Uns dann in Defensive begeben zu können So Wir hauen einfach drauf Das war's Für wie Peters So ein weiterer Dracometeor wäre hier in Ressick So mal gucken was jetzt kommt Enteron Enteron könnte natürlich mit Ice Moves Uns ganz schön gefährlich werden Ich würde sagen wir gehen Auf Arktos Heben uns Unser Urhafen hier nochmal auf Für eine Runde So Eisstrahl Das war sogar Relativ klar Muss man sagen Sehr schön Erstmal hier auch wieder hochheilen So Gut Arktos Du Gehst bitte mal Wir gehen einfach in den Delegator Wenn er wechselt Oder Anderweitige Taktiken benutzt Haben wir auf jeden Fall da jetzt So einen kleinen Schutz Wenn nicht Wissen wir genau Was er jetzt gegen Arktos plant Gedankengut Gedankengut So Ich würde jetzt gerne mehr Geschwindigkeit haben Setz Psycho Schock ein Okay wir können auf jeden Fall nicht gegen den Delegator ankämpfen Ich merke schon Also mit dem Delegator können wir nicht gegen seine Attacken Obwohl wir theoretisch gegen Psycho Schock ja relativ gut standhalten müssten Weil trotz seines Boostes wir ja noch den Reflektor haben So Da würde ich sagen Wir machen Gefriertrockner Greifen einfach an Und Das war's Volltreffer Oh bitter Das war bitter Aber genauso wie bei meinem Psyana Wo der Volltreffer von Wie Pietis Definitiv Psyana Dem Chaos gemacht hat Wie Pietis ohne Step Gegen einen Reflektor Psyana Ich weiß nicht Ob das gereicht hätte Oh Meditalis Orkan Wenn wir dazu kommen War's das für Meditalis Beziehungsweise Erleitet das schweren Schaden Wir dürfen halt jetzt nur nicht verfehlen Das setzt Ausdauer ein Okay Schon wieder Volltreffer Okay bei einem Ausdauer ist es Nicht so Aber die Verwirrungsrate Erhöht die Initiative Das ist ein Ausdauer Gegenschlag Meditalis Kann das sein Aber die Frage ist halt Reicht das aus Den Speed Den du jetzt bekommst Und Arctus aus Ja jetzt reicht es sogar aus Arctus zu überholen Oh bitter Das ist echt bitter Bin mir eigentlich relativ sicher Dass der Gegenschlag Sehr weh getan hätte Obwohl wir hätten Noch den Reflektor gehabt Da stellt sich jetzt die Frage Hätte Reflektor gereicht Arctus Defensive Naja es gibt ja welche Die von euch gut im Ja es ist Die sich da gut Mit befassen können Ich kann ja noch kurz mal Die Defensivwerte zeigen 121 plus Einen Reflektor Bei Ja Ich weiß nicht mehr Wie viel Leben wir gerade hatten So knapp 160 Leben Hätte das ausgereicht Von mir die Talis Mit einem Gegenschlag Uns zu finishen Ja nein Also wir hatten auf jeden Fall Wir haben ja keine Schwäche Okay er hat Step Er hat einen 100 200er Base Schadenswert Das ist jetzt so die Frage Hätte das gereicht Ja nein Und ob das Letzten Endes Ich glaube aber Ein U-Hafnir Hätte ja Doch das hätte uns Ehrlich Probleme machen können Er kommt auch drauf an Wie die Werteverteilung Von dem dann sind So Dann bringen wir es zu Ende Na Da Ernsthaft Das ist natürlich auch lustig Okay Hilf der Trockner Wow Das Topius hat echt Den Angriff weggesteckt Ich bin gerade erstaunt Aber wiederum Schaufelt er sich jetzt damit Irgendwie sein Grab Dadurch dass jetzt Der Ekel Samen wahrscheinlich wirkt Vor der Fähigkeit Und der Ekel Samen Müsst ja wirken Vor der Fähigkeit Ja Tut er Dadurch kommt er jetzt In den grünen Bereich Wenn ich das richtig sehe Jo Reiche Ernte wird Aber die Citrusbeere Aktiviert sich nicht Dadurch Können wir ihm jetzt So viel Schaden machen Dass er besiegt wird Dadurch Er setzt auf Schutzschild Das hätte auch Klappen können Aber Topius hätte den Schaden Ein zweites Mal Nicht abfangen können Das ist natürlich Heftig Wow Also mein Beileid Für dich Mario Das war In einer Situation Auf jeden Fall Echt unglücklich Aber trotzdem Diese Offensive Mit der Meditalis War auf jeden Fall Hart Wäre ich jetzt zum Beispiel In dem Moment Hätte ich dir es erwartet Wäre ich in den Delegator gegangen Wäre natürlich deine Taktik Auch für den Hintern gewesen Aber es gibt ja Unterschiedliche Taktiken Das macht ja Pokémon Auch in dem Punkt In vielen Punkten Sehr spannend Und freut mich Dass du mitgemacht hast Ich soll auch noch Ein Bild Von ihm zeigen Das werde ich jetzt Hier gleich einblenden Nach dem Video Und Ja Das hat er Für mich Für meinen Kanal Gezeichnet Finde ich irgendwie süß Und Ja Damit würde ich sagen Ich verabschiede mich Und wir sehen uns Beim nächsten Mal wieder Also Bis dahin